Jetzt funktioniert hier. Ist das nicht schön? Und da oben sieht man den Teder, Tenerife a Puerto de la Cruz, Teder, diese Wolken, so ein bisschen rötlich. Oh, ist das nicht herrlich, das Licht jetzt hier, ne? Schön. Und das ist der Lago. Das ist das Meeresschwimmbad hier. Und hier ist das Café Paris. Das ist auch ab und zu mal Musik. Ja, da oben, ne? Sieht das nicht schön aus mit den Wolken? Eigenartig, ne? Ja, schau dir mal, das ist rot. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Handy so sehen kann. Oh, Wahnsinn. Weißt du noch, mein Qigong? Weißt du noch Qigong da oben? Schön, ne? Guck mal, der hat gesehen, der hat Schnee drauf. Nein, noch nicht. Ein bisschen Schnee drauf. Ein bisschen, jetzt ist es leer, morgen ist es voll hier. Ach, siehst du, die waren auch leer. Was war leer? Ach so, das Becken, ja? Ne, jetzt füllen nach, guck mal. Ja, die füllen nach, ja, aha. Ja, im Winter machen sie das große Becken zu. Ach, das ist nervig. Ja, aber, naja. Oh, schön. Aber das Licht ist heute schön, wirklich. Ganz tolles Licht. Schau mal, und die Kirche, na? Die Altstadtkirche da hinten. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Wie heißt sie eigentlich? Weißt du das? Die Kirche da hinten, die alte. Aber hier ist die katholische. Ja. Mit schöner Musik. Ah, ja. Du meinst so Cocktailteuer und so. Alles, alles. Außer kleiner Platte Käse mit bisschen Käse, elf, zwölf Euro. Da hast du früher bezahlt für normale Essen. Ja. Das ist hier natürlich Blockbau. Das ist vom Café Paris, das heißt Val Yémar, das Hotel Val Yémar. Das ist natürlich in vorderster Front hier zum Meer. Ja, ein kleines Casino. Aber es ist kein Roulette Casino. Ne, das ist nur so ein Maschinen. Wie heißt es? Machinas, ne? So, so. Wie nennt man das? Münz, Münz, ne? Mit Münzen. Oh, schöne Musik. Ja, wir wollten jetzt eigentlich einen Tapa essen. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, oder? Sonst kriegen wir nichts mehr. Es ist zu spät. Doch, wir kriegen es schon, aber dann wird es zu spät halt. Ja, okay. Was du danach gehst du ins Bett irgendwann mal. Ja. Okay, dann machen wir das mal Ende. Hier haben sie sich was einfallen lassen, hier mit diesem Hotel. Das Hotel, das haben sie renoviert oder restauriert. Aber eigenartig, ne? Man, das sieht ja fast unheimlich aus. Silken Sai Mar. Ist das irgendwie was Holländisches oder so? Irgendwas? Ja. Komisch. Schaut euch das mal an, hier. Ja, das ist ja eigenartig, oder? Ist das schön? Ja. Und das, wenn bisschen Wind ist, du wirst sehen, ist es kaputt. Ach, und dann klappert das alles, oder? Ja, ja. Ich meine, tolle Sicht haben die ja da draus, ne? Aber... Ja. Du, was ist da? Jetzt sind wir unterhalb vom Café Columbus. Da kann ich jetzt meine Füße kühlen. Ich habe so heiße Füße vom Flug. Ich bin ja heute geflogen. Ja, ich mache jetzt... Ja, ich mache jetzt aus.